Macht mal eine Nightliner Tour. Okay Leute, kommt mit, das ist unser Nightliner. Unser Busfahrer Thomas hat sich einfach eine kleine Mali vorne in den Bus gehängt. Das ist so süß. Hier ist der Eingang. Hier liegen alle eure Fangeschenke. Ein paar Mali-Sachen. Hier ist unser kleines Toilettchen. Hier ist der Aufenthaltsbereich. Da sitzen wir abends nochmal zusammen und lassen den Tag Revue passieren. Kaffeemaschine, Mikrowellen, Kühlschränke. Hier oben geht's zu den Betten. Da sind vier Betten, dahinter ist nochmal eine Tür. Da sind nochmal vier Betten. Ich muss unten pennen wegen Mali, weil die sich abends ein paar Mal aus dem Bett schleicht. Und nicht, dass sie aus dem zweiten Stock irgendwie fällt. Hier ist die Lounge. Hier kann man nochmal schnell ein Special Feature. Ein Fernseher. Leute, wenn ihr eine ausführlichere Busfahrer haben wollt, dann schaut euch die Vlogs auf YouTube an. Da erkläre ich nochmal alles ein bisschen genauer. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendeine anderen Fragen habt, schreibt es in die Kommentare.